Megan Makele geriet in öffentliche Blemage, als die renommierte Kamerafirma Leica ihre G- und ihr Unverständnis offenlegte. Megan hatte sich als Geschenk zu Archies drittem Geburtstag eine Leica Q2 Monochrome gewünscht, eine Handkamera, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, atemberaubende Schwarz-Weiß-Bilder aufzunehmen. Sie erklärte ihre Absicht, die Kamera zu nutzen, um besondere Momente von Archie einzufangen und sie mit der Welt zu teilen, und bekundete ihre Bewunderung für die Produkte und die Geschichte von Leica. Allerdings war die Reaktion von Leica auf Megans Bitte alles andere als begeistert. Anstatt ihr die Kamera zu schicken, entschieden sie sich dafür, sie in ihrer Instagram-Story öffentlich zu tadeln. Die vernichtende Antwort, die für Millionen von Followern sichtbar war, lautete, Liebe Megan, es tut uns leid, dich zu enttäuschen, aber wir schicken niemandem kostenlose Kameras, insbesondere nicht an Betrüger, die ihren königlichen Status und Ruhm zum persönlichen Vorteil ausnutzen. Wir sind ein Unternehmen, das Wert auf Qualität, Integrität und Authentizität legt, und wir begrüßen ihren Versuch, unsere Marke für ihren PR-Gag zu nutzen, nicht. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wofür Leica steht oder was Fotografie bedeutet, du bist kein Fotograf, du bist ein Betrüger. Bitte hör auf, uns zu belästigen und lass uns in Ruhe. Mit freundlichen Grüßen Leica Die Antwort enthielt auch den Hashtag Griff der Megan, der schnell an Bedeutung gewann und in den sozialen Medien eine Gegenreaktion gegen Megan auslöste. Viele Nutzer machten sich über sie lustig, weil sie gierig, ahnungslos und anspruchsvoll wirkte, und warfen ihr vor, sie versuche, ihre Rivalen Kate Middleton, der Herzogin von Cambridge, nachzuerfern und mit ihr zu konkurrieren, die für ihre begeisterte Fotografie und den Einsatz von Leica-Kameras bekannt ist. Einige Nutzer wiesen auf die offensichtliche Heucheleien Megans bitte hin. Sie fragten sich, warum Megan, die zusammen mit Prinz Harry wiederholt ihren Wunsch nach Privatsphäre und der Privatsphäre ihres Sohnes betont hatte, nun versuchen würde, Archies Fotos mit der Welt zu teilen. Darüber hinaus hielten sie es für widersprüchlich, dass Megan, die gegen mehrere Medien wegen der Veröffentlichung unerlaubte Fotos von ihr und ihrer Familie rechtliche Schritte eingeleitet hatte, eine so teure und professionelle Kamera verlangen würde. Die Kommentare der Benutzer waren unterschiedlich, einer sagte, Megan ist so eine Lügnerin und Heuchlerin, sie sagt, sie möchte Privatsphäre, aber sie möchte wirklich Aufmerksamkeit und Geld. Ein anderer Benutzer bemerkte, Megan ist so erbärmlich und verzweifelt, sie ist eifersüchtig auf Kate und ihre fotografischen Fähigkeiten und möchte sie nachahmen und ihre eigenen Fotos von Archie zeigen, aber sie hat kein Talent oder keine Leidenschaft für die Fotografie. Sie möchte es lediglich als Werkzeug nutzen, um die Medien und die Öffentlichkeit zu manipulieren. Sie ist eine Betrügerin, die keine Leica-Kamera oder sonst eine Kamera verdient. Megan ist so eifersüchtig auf Prinzessin Kessrin, dass sie nicht aufhören kann, darüber nachzudenken. Talent wird nicht erlernt, es ist angeboren, und Prinzessin Kessrin ist von Natur aus begabt in den Bereichen Fotografie, Klavier, öffentliches Reden, Mutterschaft und in der Lösung komplexer Probleme, sei es im Dienste von Wohltätigkeitsorganisationen, Menschen oder in ihrem Privatleben, sie ist ideal geeignet für eine zukünftige Königin. Ich glaube nicht, dass Megan mit diesen Eigenschaften mithalten kann.